Friedrich Martin von Bodenstedt war ein deutscher Schriftsteller. Leben Bodenstedt war der Sohn des Peiner Brauers August Friedrich Bodenstedt und dessen Ehefrau Johanne Dorothee, Geb. Düvel Nach einer Kaufmannslehre im Braunschweig studierte Bodenstedt Philosophie und Philologie an der Universität Göttingen. Er ging 1840 als Lehrer nach Moskau und 1843 nach Tiflis, wo er durch den aserbaidschanischen Dichter Mirze Sefi Wadze in die Sprachen der Kaukasusregion eingeführt wurde. 1846 kehrte er nach Deutschland zurück. Ab 1854 war er in München Professor für Slavistik und Alte Englisch. 1867 wurde er Intendant des Hoftheaters in Meiningen, wo er vom Theaterherzog Georg II. geadelt wurde. Ab 1878 lebte er bis zu seinem Tode in Wiesbaden. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Nordfriedhof in Wiesbaden. Werke Seine Lieder des Mirza Aschafi waren ein großer Erfolg, sie erlebten nach der Erstveröffentlichung über 160 Auflagen. Ludwig Ammann kommt in einer statistischen Auswertung zu dem Ergebnis, Dass die Lieder des Mirza Aschafi die erfolgreichste und populärste orientalistische Veröffentlichung des 19. Jahrhunderts überhaupt war. Zuerst erschienen sie als Hegere aus den Wirren des Jahres 1848 in dem Buch 1000 und ein Tag im Orient, in dem Bodenstedt seine Reiseerlebnisse in Kaukasien und Armenien schildert. In der Liedersammlung aus dem Nachlasse Mirza Aschafis erklärt Bodenstedt die Entstehung seiner Gedichte. Gesammelte Schriften Band 1 bis 3 1000 und ein Tag im Orient Band 4 bis 7 Russische Dichter übersetzt Pushkin, Lermontau, Kolzo etc. Band 8 William Shakespeare's Sonette Band 9 bis 11 Alte und neue Gedichte Band 12 Aus Ost und West Alle Bände online auf Archive.org Album Deutscher Kunst und Dichtung Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen der Künstler Ausgeführt von R. Brendamur HSG Friedrich Bodenstedt Berlin Grote 1867 Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf Vom Atlantischen zum Stillen Ozean Nachdruck des Originals von 1882 Salzwasser Verlag Paderborn 2012 ISBN 978386444442 5 Ehrungen Für den Kuhpark in Wiesbaden schuf der Bildhauer Hugo Bärwald eine überlebensgroße Büste, die auf einem Sockel Vor dem von unten zwei Kindergestalten, dem Dichter Rosen emporreichen, am 23. April 1904 enthüllt wurde. Im Jahr 1933 wurde in Wien Floretsdorfer die Bodenstedtgasse nach ihm benannt, in Hannover 1909 die Bodenstedtstraße in der Südstadt.